Hallo ihr wundervollen Seelen, ich grüße euch. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag und ich bin gerade so beseelt und so erfüllt und möchte etwas mit dir teilen. Und zwar eigentlich sind es zwei Goldnuggets aus zwei Kundenfeedbacks, die heute fast zeitgleich kamen. Und zwar sind es ehemalige Teilnehmer, ehemalige Auszubildende von der Ausbildung zum Intuitions- und Berufungscoach der neuen Zeit. Und ich glaube, die haben einen Unterschied von einem Jahr. Also vor zwei Jahren und vor drei Jahren haben sie jeweils die Ausbildung gemacht. Ich glaube es, bin mir nicht sicher. Und auf jeden Fall, was das Verrückte ist, dass, und das ist so eine Synchronicität, dass sie fast das Gleiche erzählt haben. Also, was sie sozusagen mitgenommen haben. Und das möchte ich mit dir teilen, weil es so ein Gamechanger war für meine Kunden, eben gerade auch für die speziell für diese Azubines. Und, aber auch für mich. Ich kenne das nämlich auch. Und zwar diesen Fokus auf das, was du wirklich willst. Und nicht diese Umwege zu gehen. Und zwar konkret geht es hier bei beiden darum, dass sie mitgenommen haben als ein großes Learning aus der Ausbildung, dass sie sich nicht darum kümmern, sozusagen den Fokus auf die Community, auf größeren Instagram Account, auf überhaupt Social Media oder Marketing zu setzen, sondern den Fokus ganz konkret darauf zu setzen, eine Kunden zu gewinnen. Und zwar die Kunden, die Lieblingskunden zu gewinnen, die am meisten davon profitieren, was du oder in dem Fall sie zu geben haben. Und das ist ein Megaschiff, denn die meisten sind tatsächlich, gerade wenn sie ein Business aufbauen, mehr damit beschäftigt, sich zu zeigen. Und eine Teilnehmerin sagte auch, da gab es so eine bestimmte Situation für sie, wo es für sie Klick gemacht hat. Und das hat sie jetzt die ganzen Launches, wo sie jetzt gemacht hat, immer begleitet. So dieser Fokus. Erst wollte sie, weil ich sie gefragt habe, was willst du eigentlich? Und sie hat gesagt, sie will sich mit ihrem Projekt teilen, also mit das, was sie ihr am Herzen liegt, teilen. Und ich habe damals zu ihr gesagt, hat sie mir gerade erzählt, das ist nicht wahr. Und das stimmt, das hätte ich also genauso geantwortet. Ja, habe ich ja auch zu sagen, das ist nicht die Wahrheit. Du willst was anderes. Was willst du wirklich? Und dann hat sie sich klargemacht, sie will ja eigentlich Kunden gewinnen. Und zwar die, für die ihre Projekte, ihre Produkte perfekt sind. Und nicht mal diesen Umweg zu machen, sondern diesen direkten Shift zu machen und direkt in die Verbindung zu gehen, direkt diese energetische Verbindung zu deinen potenziellen Kunden herzustellen, ohne diese Umwege, ist so mega wichtig. Und weißt du, was noch geiler ist? Beide sind so gut wie gar nicht auf Social Media. Sie gewinnen ihre Kunden nicht über Social Media. Und obwohl, bei der einen weiß ich, ist auf jeden Fall ein Online-Coaching-Programm. Also das heißt, du musst für ein Online-Coaching-Programm, musst du noch nicht mal auf Social Media sein. Ich weiß, ich habe das schon oft erzählt, weil ich auch mehrere Kunden habe, die das so machen. Aber heute gerade, jetzt in dieser geballten Form, habe ich gedacht, dazu muss ich einfach ein Video machen. Ich muss das mit dir teilen, weil viele noch an diesem Glaubenssatz hängen, sie müssten erst irgendetwas tun, um erfolgreich zu sein. Und vor allen Dingen eben, ja, dieses, ich muss unbedingt auf Social Media und ich muss unbedingt irgendetwas da unbedingt machen. Ich brauche unbedingt einen Insta-Account, ich brauche unbedingt YouTube, was auch immer. Du kannst das machen, wenn du Freude daran hast. Ja, wie ich aktuell liebe ich es, bestimmte Dinge einfach nach außen zu bringen. Aber es gab auch Zeiten und die wird es bestimmt auch wieder geben, wo ich sowas, wo ich gar keine Lust dazu habe. Ja, also, diesen Punkt wollte ich mit dir mitgeben. Also, falls du auch irgendwann mir so richtig geile Nachrichten zukommen lassen willst, wo mein Herz einfach zum Glühen bringt und ich einfach nur happy bin, dass ich Teil dieser Entwicklung sein darf, dann kannst du dich aktuell noch für die Ausbildung bewerben. Wir starten bald, das ist gar nicht mehr so lange, nur noch ein paar Tage. Und, wie gesagt, aktuell kannst du dich noch bewerben. Und wenn du Lust dazu hast, ich verlinke das Ganze, schaust dir an und los mit deiner Bewerbung. Ich freue mich auf dich und bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!